so okay also hier Nummer drei ist ein Stellenanzeigen was bedeutet Stellenanzeigen was bedeutet Stellenanzeigen بدلة الوظيفة بدلة الوظيفة بدلة العمل بدلة عمل لا مش بدلة حاجة تانية أانسوك هذيك بدلة صح التانية أانسوك دي أانسايجة دي أانسايجن يعني أانسايجن أو شتنان أانسايجن اانسايجن يفرجي تمام ميلها الإعلان Radiant وأنا هي أصدر هو أعلان أعلان الموظيفة صح براوacle تمام justice luc welcome معناها إعلانات الوظيفة تمام Azinh good تمام have a hearing today we are niched telling في عندنا أعلانات وظائف هنا تمام وحلى عندنا هنا ايه الوظائف Also haben wir vier Fragen. Okay? Okay. Wir holen sie ein und wir versuchen, dass wir alle in sie in die Möglichkeit haben. Okay? Wer beginnt? Rania, Sie beginnen. Okay. Okay. Das ist ja Rania. Okay. Wir sind ein international aus gerechtes Unternehmen und suchen schnellstmöglich einen, das erwartet Sie, Übersetzung von Fachtexten. Bresentationen. Bresentationen. Mhm. Bresentationen. Mhm. Bresentationen. 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 Sehr gute Kenntnisse der Englischen und der Spanischen Sprache, gute Kenntnisse der Gängen, PC-Programme, Spaß an der Arbeit im Team, sowie Flexibilität und eigene Stative für Unterwurzungsbewusste, selbstständige und sorgefältige Arbeitsweise. Weitere Informationen bekommen Sie unter der Rufnummer. Das gefällt mir. Gut, wunderbar. Okay, also hier sprechen wir über eine Arbeit oder Arbeitsanzeige. Okay, gibt es etwas schwierig hier, also bei Wörtern? Ist etwas nicht bekannt? Korrespondenz. Korrespondenz? Ja, also E-Mails, E-Mails-Behandlung. Okay, Korrespondenz, also E-Mail schicken, E-Mail haben oder E-Mail bekommen, das ist Korrespondenz. Und daneben von Korrespondenz. Und daneben von Korrespondenz. Und daneben von Korrespondenz. Okay, Gr suppl-B margin, oder allegedly? Melding, ja genau. Melding also Gr Slis, Gr schicken. Gr schwitze, also але Sophie, her… Grida, hierzu, Autos und Elsamt. Also Gris 자�環 DROY, also Gris, haben wir aus der Ton filmences, denn dem das Ver compelled zu messenger Menschen oder die ignoranz OP stylen? Was beginnt mit Dolmetscher? Mitرجm. 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 . . . . Be-Magnä? Be-Magnä? O-Magnä? Wenn Du, ja? Oder? Ihn hängt es zu einfügen. Hier geht es zu sagen, die Requestation mit der Beschreibung. Her kommt die Möglichkeit, dass ihr sie und seine Pieises es auszudieren oder inreigen sie, oder mit sie, dass ihr es mit der Nähe. Was Du mal herstellen? Es geht um Wissen. Unlätzchen Wissen Sie, wie es Performance gibt, was das eine Er況 zu verstehen? Und unlätzchen Und unlätzchen Und unlätzchen Was das Ziel Und unlätzchen Sie kommt von unlätzchen Schön wie es hier ist Hier kommt ein Liebeschen Hier ist derあっzte Was ist der Erspitte Der Erspitte Wo also Und der Erspitte Also Und Und Okay? Und die Beauf-Tragung und Koordination. Koordination? Wir haben gesagt, die Beauf-Tragung. Ja, okay. Die Beauf-Tragung und Koordination. Die Beauf-Tragung, die Beauf-Tragung, die ist die Beauf-Tragung. Eine Beauf-Tragung ist praktisch Ich mache jemanden mit TASK oder ich mache etwas, das ist bei Aufftragung. Aufftragung bedeutet jemanden, dass er ein Verständnis macht. Okay. Ist es auch etwas anderes, nicht mehr? Die Klinik hat eine kleine Klinik. Also, der Genegen wird sagen. einen den eigen Eigenintiativ 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 Entiativ Eigenintiativ Heim und immobilier Problem haben wir Wir haben die er h ohneivation Eigenintiativ Wir entwickeln die Arbeit Er kann zu einem Sagt, was er zu tun, sein Erstmal? die sind die Zorge-Filtige? Zorge, okay, Zorge-Filtige. Zorge-Filtige. Zorge-Filtige ist die Zeilung. Zorge-Filtige ist das Ziel. Zorge-Filtige ist das Ziel, der Seilung auf den Reißen. Es ist die Zeilung, die Anlie INS um ein Ziel. Die Zorge ist die die Ersteuerung. Das ist die Zeit für den Reißen. und die eine auch also ich kann auch ein 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 Leer Arzat. Okay? Schweren. 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 Machen. 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 Ah, bechstegel kada i eh eh l'waihde mustaquil. Okay? Au lebab Allah zame ben uumke mucer. Machen. Machen. Tamaam. Jambin jidden. Machen. Ihm eh i eh i eh le wazife le bittkale maana hierna? Ja, jauh hab na nafot hierna. und hier und hier was die Dinge das ist das ist hier das ist gut nicht genau 18 طويلة Jala Aaaa 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 Okay Thank You And aaa How to Ich glaube, im Gebiet telefonische Kundenbetreuung für den wohl nicht sprachigen Bereich. Ticketstil Industrie Kundenbestellungen annehmen und bearbeiten Recherche von Kundendaten, Datenbepflege der Kundendatenbank. Voraussetzungen, abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung, erste Erfahrungen im Callcenter-Bereich oder in der telefonischen Kundenbetreuung. Ausgezeichnete, bönnische und deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift, angenehme Telefonstimme, Bereitschaft zur Schichtarbeit. Bitte senden Sie Ihre Bevergunges unter Lagen unter Angabe eines Eintritts Zeitpunkts aus Schliesslich bei E-mail an Bevergung.at hotline.dresset.de Okay, cool, 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 cool. But if you have a trick, you just need to be able to use it and you need to use it and you need to use it. Okay, cool. Okay, cool, what is it? You're going to be able to get rid of the word and the other, okay? You're going to put it like you, you can put vowels, like you can put vowels, like you can put vowels. Like you can say, when you read it, Schichtarbeit, okay? You can say, Schichtarbeit, okay? So you put vowels on the T to the T, you put vowels on the T, okay? Erfaarungen, okay? Erfaarungen. Here you put something is referring. Erfaarungen. Not Erfaarungen. If you don't say Erfaarungen. If you put fizer vowels in E and rabbi, then you put I in via hello, erf. So you don't want to put vowels on this T, okay? So you want to use this T? Erfaarungen on the T? Okay, you want to use it, No. You want to use this T? dass man das hart öfft, sondern man schnell gut verteidigt werden kann, für diesen ... Man primeiro sagt man noch, wo man beim Jaume und für Daton? Ja ... Was? Man macht nichts mehr alles, weil man was wieder runter ist. Weil du hast es nicht möglich um, dass du sie schwingt auf. Es ist nicht möglich, wenn du sie schwingt. Die Schwer ist und ich fischte. Wenn du kein Teil mehr so gemacht hast, Gibt es was Neues hier? Etwas nicht klar? Ja, ja. Ja, bitte? Aufgabengebiet? Aufgabengebiet. Aufgabengebiet, die Aufgaben, die hier Task. Wir haben gesagt, Hausaufgabe. Hausaufgabe, die schon die Task, die die auf dem Bett machen. Aufgabengebiet, die die, die 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 was noch? E Gibt es die Sprache Gibt es Gibt es Finde, nicht gut. Bulnis Spachet du An жиз Hier ist der Bulundin, der Bulundin. Und der Sprachkennende ist der Sprachkennende. Okay? Das ist die Adjektiv des Sprachkennenden. Okay? Hier ist der Bulundin, der Sprachkennende ist. Das ist die Manitze der Bulundin. Okay? Okay? Okay. Okay? Okay. Foraussetzungen. Okay. Foraussetzungen. 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 Wer weiß die Klamagne? Wer weiß denke, was deine Klamagne? Wer weiß die Klamagne? Wer weiß die Klamagne? please? Foraussetzungen. Foraussetzungen. Foraussetzungen ist le Klamagne der Klamagne? Die Wool ist möglich. Die Musik wird deine Helfer inFS ge adequ参 Die End recordings in Licht. Die Ausomin kan getting acaba de mit der Neum. wie han eigentlich unternehmen. stammt. How's Connecting. Kaufmanische 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 Hausbildung Hausbildung Tabla, معناها تدريب Kaufmanische Kaufmanische Schraub Ente mitnallem Tegare Tegare Business Management Tegare In Tegare Aufgest determination Tegare 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 Aufgestamiento Tegare eh? Yani, aufgesellschaften die was, was bedeutet, die Kälme aufgesellschaften. Excellent. Aufgesellschaften in Polnisch und Deutsch in Sprache, in Internet. Okay? Yani, ihr könnt عنده معرفة ممتازة باللغة البولändية واللغة الألمانية. In-word und Schrift. Iraye und Ketabah. Ich lese alle عندهم كدah. In-word und Schrift. Iraye und Ketabah. Deutzer-Sprache, in-word und Schrift. Okay? Yani, misl- tktyb-Ieh? Deutschsprache, in-word und Schrift. To bewaren, ketteb. Ich lese alle عندهم. In-word und Schrift. Tkta-Bah. So, ich lese alle. Ich lese alle. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Wir sind in-word und Schrift. Ich lese. Ich lese. Bebeerbung, Schreiben. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich lese. Ich will euch schenken. Schicht Arbeit. Schicht Arbeit. Schicht Arbeit ist wie schugende Chieftate. Er sagt, wir wissen, es sagt, Schicht geht an Schieft. Er arbeitet an Schieftate. Schieft ist ja, Schieft ist ja, Schieft ist ja, Schieft ist. Ich will euch schenken. Ich will euch schenken. Wenn du eine Frage hast, dann kannst du nichts geben. Ich habe eine Schließung. Okay, eine Schließung. Okay? Ich habe eine Schließung. Ich habe eine Schließung. Okay? Ich habe eine Schließung. Ich habe eine Schließung. Na, ich habe eine Schließung. Die Schließung. Ich habe eine Schließung. Oder die Liegen. Oder die Bezugreifen. Das ist die Schließung. Wie ich eröffne. Das ist die Schließung. Das ist die Zeitpunkt. Das ist die Zeit, die kann man arbeiten. Das ist die Schließung. Wenn man überall arbeiten. Das ist die Zeitpunkt. oder wie ich in der Zeit, dass ich das so machen kann, oder wie ich das so machen kann, oder wie ich das so machen kann, von Tarii XI? Nein, von Tarii XI. Tarii Dachung des Schuhe. Oder Bedeck des Schuhe. Okay. Ist es etwas anderes? Okay, hier werden wir schreiben. Das Schuhe. das? Call center, Agent. Cool center, Agent. Call center, Agent. E-tile site, full site? Wakt, just E, wakt, wakt, dvom kammel. Part time, ou full time. Schogell E, aw shoghle E, dvom kammel. Tamam. Jameen gen. Bye. Ruhle baada. Arab. C. Nummer C. Für unser Berliner Büro suchen wir einen, einer fremdesprachensekretärin. Sie haben ihre Ausbildung abgeschlossen, sind serviceorientiert und mit den Arbeitsabläufen in einer Anwalt Kanzlei bereits vertraut Stresssituationen und die Notwendigkeit zu organisieren, machen ihnen nichts aus. Das Beherrchen der deutschen und der englischen Sprache ist unbedingt Voraussetzung, Loyalität, Discretion und Flexibilität sind Loyalität. Loyalität. Und Flexibilität sind von Sie ebenso selbstverständlich wieder sicherer Umgang mit dem MS-Office, und modernen Kommunikation Mittel. Fuhren Sie sich angesprochen und haben Lust in einer erfolgreichen Kanzlei mit zu arbeiten? Dann freuen wir uns auf Ihre Aussagekräfte, sagekräftige Bewerbung. Kräftige. Bewerbung bis zum 1 und 3. Bewerbung May and Bewerbung at baby. A sum 1 und 3. Suggestion May تمام تمام جميل جدا. Mien عندي Sؤال في die Mien مش فاهم وانا عبقرة طالع كلمات جديدة 내가 habe aber ит z paid z i i i zu m my tasks a as Das bedeutet, dass hier jemand zu Ende des Ausbildungsbeschriften hat. Er ist nicht jemand zu beendet, oder in Untergrund. Arbeitsabläufen Arbeitsabläufen Ja, Abläufen Ja, das heißt, die Arbeit ist, was bedeutet, dass die Arbeit ist, oder die Arbeit ist. Aber die Arbeit ist dort drin. Das ist eine andere Sprache. Ja, das heißt, die Arbeit ist, oder die Arbeit ist. Das heißt, die Arbeit ist, oder die Arbeit ist. Entschuldigung? Also, die Arbeit ist. Anvalt can't lie. Anvalt can't lie. Anvalt can't lie. Anvalt can't lie, ist die Watt, die Mektorin, die Mektebe und die Stimme. Oder Mektebe, die Stimme ist, die Stimme. 11. 12. 25. 21. 22. 23. 24. Nein, keine Ahnung, was er sagt sich selbst etwas, was er sagt. Weil wenn man das alles fragt, was er sagt, was er alle Leute? Okay, Radeo, was du wissen? Was ist die Diskretion? Diskretion? Ja. Es ist ein Problem. Ein Problem? Du hast es gebetet, oder? Nein, ich habe es gebetet. Ich habe es gebetet, aber ich habe es gebetet, was ich nicht so ein Problem? Nein, es ist nicht so ein Problem. Ich habe es gebetet, wenn ihr euch das nicht, dann werde ich es gebetet. Ich habe es gebetet, wie ihr das? Und in der Name, in der Allah-Beschön, Meine Damen und Herren, ja nide-discretion. Ja nide-discretion. Ja nide-discretion. Ja nide-discretion. Ja, ich kann es nicht essen. Vielleicht, ich kann es nicht essen. Ich kann es nicht essen. Oder ich mache ein bisschen. Was ist die Beschreibung? Freiheit von Express. Das ist die Wahrheit, was ich? Was ist die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Ja, okay E3 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 In der letzten Woche Die Applikation Qualified Beherrschen Wenn ich mich an, warte, bin ich an, warte, 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 warte Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte, warte Warte, warte Warte, warte 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 Für uns Z-Song Für uns Z-Song Die ich habe hier in der Fülle Ja, ich sage es, dass es ein Problem ist, dass ich meine Sprache Ich habe die Sprache gehört. Ja, ich habe die Sprache vorher gehört. Ja, ich habe es sehr geholfen. Ich habe eine Sprache, ich habe eine Sprache. Ich habe eine Sprache, wir haben eine Sprache. Ich habe eine Sprache. Was bedeutet das? Das ist das Fuss. Ah, das ist das Fuss. Das ist das Verständnis. Nein, es ist kein Geist. Na. Ok. So was das denn? Mit MC Office. Die Zeit mit dem Baron. Ok. Die Verständnis ist all die Verständnis. Also ist die Frage zu sein. Ist das ein guter? Hier geht es um die Frage zu sprechen. Hier geht es um die Frage zu sprechen. Hier geht es um die Frage zu sprechen. Wir haben die Frage zu sprechen. Nee, 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 nee. Wir sind ein sehr erfolgsreicher Reise für Anstalter und suchen zur stattgerichtigen Unterstützung unseres Teams ein. Sie leben fremde Länder, sie verstehen ihr Handwerk und haben Teamgeist. Fulgende Tätigkeiten gehören zu ihrem Aufgabengebiet, Rechnungsberufung, Pflege der Kunden, Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen, Erfassung, Kontierung und Suchung der Ein- und Ausgangsrechnungen. Das bringen sie mit, abgeschlossene Ausbildung zum Staufachengestellten oder Bildungsbuchhalter. Erste Berufserfahrung im Bereich Buchhaltung. Fundierte Ergebnisse in Richtung des Wissens, exzellente mündliche und schriftliche Deutsch- und Englisch-Gendnisse, Eigenverantwortlichen und gewissenhaften Arbeitsstil, weitere Informationen und Bewerbungsunterlagen, bitte an lina.at.reisendi. Vielen Dank. was? Handwerk. 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 Handwerk Handwerk Also wenn du die ... 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 Und er hat sich die Verständnis zu verstehen. Das ist die Anstalt. Was ist das? Das ist die Anstalt. Das ist die Anstalt? Das ist die Anstalt? Genau. Ja. Räiz anstaltr, يعني شركة سياحة. Au fär anstaltr, laحالة سياحة, يعني? هي, أطلا, هي fär anstaltr, مش anstaltr. fär anstaltr. تمام? fär anstaltr, lawحدahme anahe, منظm. تمام? هنا, المقصود bieha, räiz fär anstaltr, يعني شركة منظمة للسياحة. أو للحالات. منظمة الحالات, يعني شركة السياحة. تمام. تمام. إيه تاني? Erstellung. Gryftigen. Erstellung. Erstellung. يعني إصدار. يعمل حاجة أو يطلع حاجة. تمام? كنت بتقولي إيه يا توقة? كنت تسأل على إيه? التاني صوت. Gryftigen. 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 Tate. Gryftigen. A. Gryftigen. Gryftigen. oder sobeurte, die sind alle soffauten also die Zage auch hier, Zorgeflüchtige, okay? und die Zageflüchtige, die auch die Zageflüchtige, die sind alle Zageflüchtige die sind alle soffauten, okay? und die Zageflüchtige Erfassung Erfassung, die ist Erfassung, die ist der Zageflüchtige oder der Zageflüchtige Das ist wie die Zageflüchtige Das ist wie die Zageflüchtige Ja, also die Zageflüchtige Beispiel, wenn man sagt, schreibt etwas, schreibt etwas oder eine Zageflüchtige, oder ein Zageflüchtige wie ich gesagt habe, die Zageflüchtige die Zageflüchtige, wie wir zum Beispiel Erfassung 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 Ein und Ausgang Erfassung Also, die Zageflüchtige oder die Zageflüchtige Okay? Okay? Okay, ich werde ein bisschen weiterentwickeln und wir kommen in den Kugel Okay? Okay, ich werde reden Sie Sie haben sie 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 Vielen Dank.